UEFA Euro Qualifikation, Lichtenstein gegen Moldawien. Am Sonntag 14. Juni im Rheinparkstadion. Ich bin der Beni Büchel, Goalie verliert der Stornennationalmannschaft. Gegen Moldawien haben wir sehr spät gewonnen. Helf uns, dann klappt es doch das mal. Hol dir jetzt dein Ticket. Alle Informationen findest du auf heimspiel.de. Komm mal, wir zählen auf dich.